Diese vier Sternzeichen werden sich zum Vollmond am 29. September 2023 mit einem wichtigen Menschen versöhnen. Der Vollmond am 29. September wird als ein kosmisches Ereignis von besonderer Bedeutung angesehen, da er vier bestimmte Sternzeichen in den Mittelpunkt rückt. Dieser Vollmond verspricht nicht nur eine Fülle von Energie und Transformation, sondern wird auch eine Zeit der Versöhnung und des Neuanfangs für viele von uns einläuten. Es ist, als ob die Sterne sich in perfekter Harmonie ausrichten, um uns die Gelegenheit zu bieten, uns mit wichtigen Menschen in unserem Leben zu versöhnen und alte Konflikte zu überwinden. In diesem Podcast werden wir uns genauer mit den vier Sternzeichen befassen, die besonders von diesem besonderen Vollmond beeinflusst werden. Steinbock Der Steinbock ist bekannt für seine Ernsthaftigkeit und sein Streben nach Erfolg. Sie sind ehrgeizig und haben oft hohe Erwartungen an sich selbst und andere. Dies kann dazu führen, dass sie nachtragend sind und alte Grollgefühle hegen. Der Vollmond am 29. September wird die Steinböcke jedoch dazu ermutigen, alte Konflikte loszulassen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Für die ernsthaften Steinböcke wird dieser Vollmond eine Zeit des Loslassens und der Transformation sein. Es wird ihnen die Möglichkeit geben, alte Blockaden zu überwinden und sich auf eine positivere Zukunft zu konzentrieren. Es wird wichtig sein, sich von alten Enttäuschungen zu befreien und offen für Veränderungen zu sein. Um sich auf diese Versöhnung vorzubereiten, sollten Steinböcke ihre Sturheit ablegen und sich für neue Möglichkeiten öffnen. Dieser Vollmond wird es ihnen ermöglichen, alte Lasten loszulassen und sich auf eine hoffnungsvolle Zukunft zu freuen. Die Waage ist das Sternzeichen der Harmonie und des Gleichgewichts. Sie streben nach Frieden und haben oft Schwierigkeiten, Konflikte anzugehen. Statt sich mit Unstimmigkeiten auseinanderzusetzen, neigen sie dazu, sie zu vermeiden. Der Vollmond am 29. September wird die Waagen jedoch dazu ermutigen, alte Konflikte anzugehen und Frieden mit einem wichtigen Menschen in ihrem Leben zu schließen. Für die Harmonie suchenden Waagen wird dieser Vollmond eine Gelegenheit sein, alte Streitigkeiten beizulegen und wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Es wird wichtig sein, ehrlich zu sich selbst zu sein und über die eigenen Bedürfnisse und Wünsche nachzudenken. Dann können sie offen mit dem Anderen kommunizieren und gemeinsam nach Lösungen suchen. Um sich auf diese Versöhnung vorzubereiten, sollten Waagen ihren Mut stärken und bereit sein, unangenehme Gespräche zu führen. Dieser Vollmond wird es den Waagen ermöglichen, eine ausgewogene und gesunde Beziehung wiederherzustellen. Widder sind bekannt für ihre Entschlossenheit und ihren Tatendrang. Als Feuerzeichen neigen sie dazu, impulsiv zu handeln und sich nicht zurückzuhalten, wenn es darum geht, für das einzustehen, was sie für richtig halten. Dies kann jedoch manchmal zu Konflikten führen, insbesondere in ihren engsten Beziehungen. Der Vollmond am 29. September wird den impulsiven Widder jedoch vor eine interessante Herausforderung stellen, die Kunst der Versöhnung. Widder sind normalerweise nicht diejenigen, die schnell nachgeben oder nach einer Versöhnung streben, aber dieser Vollmond wird eine außergewöhnliche Gelegenheit bieten, alte Streitigkeiten beizulegen. Es wird ihnen die Fähigkeit geben, ihre Aggressionen zu zügeln und alte Konflikte mit einem wichtigen Menschen in ihrem Leben zu überdenken. Um sich auf diese Versöhnung vorzubereiten, sollten Widder ihre Geduld und Empathie stärken. Es ist wichtig, zuzuhören und die Sichtweise des Anderen zu verstehen. Dieser Vollmond wird es ihnen ermöglichen, alte Wunden zu heilen und ihre Beziehung zu stärken. Für Widder ist es an der Zeit, die Rüstung abzulegen und sich für eine tiefere Verbindung zu öffnen. Zwillinge Die Zwillinge sind für ihre neugierige Natur und ihre Fähigkeit zur Kommunikation bekannt. Sie sind ständig auf der Suche nach Wissen und lieben es, sich auszutauschen. Dennoch haben sie oft Schwierigkeiten, tiefgreifende Gefühle auszudrücken oder ernsthafte Konflikte anzugehen. Der Vollmond am 29. September wird die Zwillinge dazu ermutigen, sich mit einem wichtigen Menschen in ihrem Leben auf eine neue Art und Weise zu verbinden. Für Zwillinge wird dieser Vollmond eine Zeit der offenen Gespräche und emotionalen Offenheit sein. Es wird ihnen ermöglichen, ihre Gefühle auf eine konstruktive Weise zu teilen und alte Missverständnisse auszuräumen. Die neugierige Natur der Zwillinge wird in dieser Zeit besonders nützlich sein, da sie Fragen stellen und mehr über die Gefühle ihres Partners erfahren können. Um sich auf diese Versöhnung vorzubereiten, sollten Zwillinge sich Zeit für Gespräche nehmen und bereit sein, ihre Gefühle auszudrücken. Dieser Vollmond wird es ihnen erleichtern, ihre Beziehungen zu vertiefen und wieder eine tiefere Verbindung herzustellen. Der Vollmond am 29. September 2023 wird zweifellos ein bemerkenswertes astrologisches Ereignis sein, das die Energie und die Schwingungen in unserem Universum auf eine Weise beeinflusst, die uns die Möglichkeit zur Versöhnung und zum Neuanfang bietet. Wir haben bereits über die vier Sternzeichen gesprochen, die besonders von diesem Vollmond profitieren werden. Widder, Zwillinge, Waage und Steinbock. Jedes dieser Zeichen hat seine eigenen Herausforderungen und Eigenschaften, die durch dieses Ereignis in den Mittelpunkt gerückt werden. Doch unabhängig von ihrem Sternzeichen können wir alle von den Lehren dieses Vollmonds profitieren. Versöhnung ist ein kraftvoller Akt der Heilung und des Wachstums. Sie ermöglicht es uns, alte Wunden zu heilen, unsere Beziehungen zu stärken und einen frischen Start zu wagen. Es erfordert jedoch Mut, Geduld und die Bereitschaft, Veränderungen zuzulassen. Hier sind einige abschließende Gedanken, die Ihnen helfen können, sich auf die Versöhnung vorzubereiten und die Energie dieses besonderen Vollmonds zu nutzen. Der Vollmond am 29. September bietet uns die Gelegenheit, einen Neuanfang zu wagen. Wenn wir alte Konflikte überwinden und uns mit wichtigen Menschen in unserem Leben versöhnen, öffnen wir die Tür zu neuen Möglichkeiten und Chancen. Dieser Vollmond ermutigt uns, alte Begrenzungen abzulegen und unser Leben in eine positivere Richtung zu lenken. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihr Herz zu öffnen, alte Streitigkeiten beizulegen und den Weg zu einem erfüllten und harmonischen Leben zu ebnen. Insgesamt ist der Vollmond am 29. September eine Zeit der Transformation und der Versöhnung. Nutzen Sie diese einzigartige Energie, um Ihre Beziehungen zu heilen und sich selbst auf eine tiefere Ebene zu verstehen. Denken Sie daran, dass Versöhnung ein Prozess ist, der Zeit und Anstrengung erfordert, aber die Belohnungen sind es wert. Wenn Sie sich auf diesen Weg begeben, können Sie innere Ruhe, Frieden und eine erneuerte Verbindung zu den Menschen, die Ihnen am Herzen liegen, finden. Möge dieser Vollmond Ihr Herz öffnen und Ihnen die Gelegenheit geben, alte Wunden zu heilen und ein neues Kapitel in Ihrem Leben zu beginnen.